Um zu verstehen, warum Wirkungslogiken wirklich hilfreich sind und die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen grundlegend vereinfachen, müssen wir uns zunächst das große Ganze anschauen. Am Anfang steht ein gesellschaftliches Problem und daraus ergeben sich bestimmte Bedarfe bei bestimmten Zielgruppen. Nun gibt es viele, viele gemeinnützige Organisationen, die ihre einzelnen Strategien entwickeln, um auf diese Bedarfe und das gesellschaftliche Problem hinzuwirken. Diese entwickeln jeweils ihre eigene Strategie und halten diese in Wirkungslogiken fest. Wenn sie erfolgreich sind, dann verändern sich auch diese Bedarfe wieder. Das heißt, das gesellschaftliche Problem verändert sich und sie verändern ihre Strategie. Und dann verändert sich auch die Wirkungslogik. Wir sind also in einem permanenten Kreislauf. Und um jetzt zu verstehen, was die Wirkungslogik damit zu tun hat, schauen wir uns diese genauer an. Nehmen wir an, wir kennen unsere Zielgruppe und deren aktuelle Bedarfe. In der Wirkungslogik halten wir fest, wie unsere Aktivitäten auf die Bedarfe einwirken und wie sie dadurch Veränderungen erzielen. An der Wirkungslogik können wir überprüfen, ob unsere Annahmen stimmen, ob diese plausibel sind. Wir können diskutieren mit unserem Team oder auch externen Partnerinnen und Partnern. Eine Wirkungslogik ist also eine längere Verkettung von Wenn-Dann-Beziehungen. Am Anfang haben wir die Aktivität und am Ende die gesellschaftliche Lösung. Am Anfang steht in unserem Beispiel also ein Bewerbungstraining und am Ende steht die Vergringerung der Jugendarbeitslosigkeit. Dazwischen sind natürlich einzelne Annahmen getroffen und einzelne Wenn-Dann-Verknüpfungen. Also wenn an unserem Bewerbungstraining tatsächlich Jugendliche teilnehmen und diese auch was lernen und dadurch auch ihr Verhalten verändern, also Bewerbungen schreiben, nur dann haben sie auch höhere Chancen auf dem Jobmarkt. Und wenn sie dann tatsächlich auch zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, nur dann erhöht sich auch ihre Chance auf einen Ausbildungsplatz. Und wenn sich diese Chance erhöht und sie einen Ausbildungsplatz tatsächlich finden, dann verringert sich auch die Jugendarbeitslosigkeit. Am Anfang also die Aktivität, am Ende die Problemlösung und zwischendurch verschiedene Wenn-Dann-Beziehungen. Das Ganze nennt man Wirkungslogik. Und falls wir feststellen, dass diese Wenn-Dann-Annahmen tatsächlich nicht stimmen oder nicht eintreffen, dann heißt es, dass unsere Wirkungslogik überprüft werden muss. Wir können das diskutieren in unserem Team oder auch mit Partnerinnen und Partnern, um die Wirkungslogik entsprechend anzupassen. Eine Wirkungslogik ist also eigentlich der Fahrplan. Sie verdeutlicht, welche Wirkung wir erzeugen möchten und wie wir glauben, dass sie eintritt. Die Wirkungslogik hilft zu verstehen, an welchen Stellen Sie erfolgreich sind und wo Sie gegebenenfalls nachbessern müssen.